grüß denk ich bin's wieder der boot ist ja ich weiß es sind lange keine videos machen ist traurig aber wir spielen jetzt card of duty so ich hab schon mal ein bisschen gespielt die kunzer halbwegs sondern spieler oder mehr spieler da können nicht vergessen punkte serie ist geschützt sich auszurüsten wie was schon jetzt nach seiner ihr müsst es sehen der Leiter von Wunder Kieler und das haben wir endlich auch ein Spiel, also die Pläne der Rakete mit dem Samen sie braucht zu lange und sie braucht nicht mehr nicht mehr online kongüter online gut der rechner spiel was einfach suchen und zerstören nicht meiner lieblings map aber was zu gehen was zu gehen ich sage es nach und den wie schien zum sprechen ihre berühren ich glaube nicht dass der wars dass man einfach gedruckt lassen das ist ja mal kaum braucht mindestens deine zwei der fahrer der fahrer der fahrer der fahrer Ich will schon nicht lange Hate-Kommentare schreiben, weil ich werde sie wahrscheinlich eh nicht lassen sollen. Und wenn ihr mal einen Auerwart nicht gern habt, dann denke ich gern. Dann müsst ihr gern aufleben. Gutt! Ok, dann gehe ich einfach wieder da halten! Ich hoffe! obwohl ich während ich B kenne, dann kann ich sagen, wobei ich mich verneiden kann, wenn ich nicht bin. Ich hoffe, das Spiel ist wirklich nicht so lauter, aber ich muss jetzt nicht sagen, wenn ich es nicht lauter will. Dann ist er. Sauber. Du bist bereit für den nächsten Rund. Alle Seitenwechsel. Du bist so ein Büro. Destroi die Objektive. Ja, Destroi die Objektive. Was? Nein, 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 ich will nichts mehr haben. Wo man sie hört, oder? Oh Gott. Was hältst du denn das Hälfte? Was hältst du denn das Hälfte? Ich habe Kontakt! Ich habe Kontakt! Was hältst du denn? Mal schauen, ob du da bist. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Ich habe Kontakt! Jawohl! Tangle down! Easy. So, GG. All of those, die mich gespielt haben, die... Das ist alles gut. So, auf jeden Fall. Also mal ganz kurz. Also. Es gibt ein Problem, was ich alle habe. Es gibt einen YouTuber, der ist auch ein Stamper. Er macht so viele gute Arbeit. Und ist so viele ein geiler Typ. Aber er hat sich wie einen Abonnenten. Also, es herrscht mich alle zu jetzt. Und abonniert einen Buben. Weil der hat's verdient. Er hat auch Call of Duty Videos gemacht. Und er ist wirklich ein guter YouTuber. Und für alle, die jetzt hier Deutsch sind. Abonniert Gampa. Ich werde ihn in die Beschreibung packen. Ja. Halleluja. Und für alle, das ist englisch. Even though there aren't many English people, probably. Also, go ahead and subscribe to Gampa. Ich werde ihn in die Beschreibung packen. Ich werde einen Link in die Beschreibung. Und habe Spaß mit ihm. Er macht Call of Duty Dinge. Ich denke. Und er ist ein wirklich guter Typ. Also, go ahead, subscribe zu ihm. Und ich hoffe, dass ihr das Video gefallen habt. Okay, jetzt wieder die Lektion. Und dann wieder die Lektion. Und dann wieder die Lektion. Und dann wieder die Lektion. Okay. Okay. Auf dem Moment habe ich es noch nie gespielt. Also, erwartet nicht, dass ich gut bin. Destroy the objective. Yeah, destroy your, oh. Ich würde mal schauen, ob wir verteidigern haben. Tja. Perk ab. Verbo. Verbo. Ich bin großartig. Gentlemen, ja. Was waren das? der selbstmordaktion der ober das war nicht mehr reißen hilfe wird ja du in die gehen ja ja du hast er überhaupt die bombe auch gesammelt oder nieder ist er liegt ja 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 genau genau wenn er höre von behörden kommen nicht da, da ist nicht die Bombe da ist nicht die Bombe ja hör du sie hör du sie hör du sie Kills haben wir nicht viel bringen du lächst ein Spieler was dich unterhält hör du ja ja wenn du die Knappe da oben stellst young boy ja jo schöner Name halleluja danke oder das Spiel verlassen sich gilt sich gut mit langen langen lächeln das beste würde schaffen ja schaust sauber Kiwi Ameise ist der schöne Name das 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 ist das ist Sniper, get down! Schau, schau! I'm hurt! Sophia Sommerruck! Wenn man die ja nicht hat gehielt! Das ist doch der Witz! Oh ja, ich bin der Puccino. Grüße an meinen Mathelehrer in Hebron. Bester Lehrer, wenn du das siehst, dann... Ja, ich hab dich halt nicht recht gern und... Du bist langweilig und... Ich geh schon schon und so da und so da und so weit, ähm... Du bist auch der Moment! Ready up! Destroy the objective! Bomb acquired! Sniper! Headshot! Schau, schau, schau! Das Video, der auf! Das Jupp! Das Jupp! Das Jupp! Ja genau! Ja! Jupp! Scheiße! Okay, Justin... Du... Du heim! Ich weiss nicht, kein Pilotierung, wenn du keine Bombe hast! Ja, äh... Jupp! 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 Suchen und zerstören... Ja! Ja! Er hat das Spiel verlassen! Der Gegner hat die Bombe! Jupp! 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 kontakt nicht schimpfen auf den kanal ich habe ihn getroffen Das ist auch noch ein Nuance war. Jawohl. Und jetzt bin ich froh, dass ich das mal wieder zurückgeschaut habe. Justin www hast du. Und ja, ich hast du wieder dabei. Also ich bin froh, dass ich es zu aller zurückgeschaut habe. Ihr seid die besten Abonnenten. Und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Und bis das nächste Mal. Höffentlich.